Definitiv. Es ist mega überraschend. Wir sind hierher gekommen, um Spass zu spielen. Es hat mega gefakt hier. Es war cool. Mit dem Aufwärmen hat man sicher etwas Mühe am Anfang. Man muss sich gut einpacken, früh aufwärmen und dann schauen, dass man nicht abkühlt. Aber während des Spiels merkt man das eigentlich nicht. Ich hatte jetzt Handschuhe an. Mit Handschuhen ist es besser, weil es ohne Handschuhe gibt es Verletzungen. Aber mit Handschuhen geht es eigentlich gut. Ritternschen mit Ritternschen? Nein, wir mussten zuerst schauen, ob wir überhaupt gehen können. Wir haben noch Ferien geplant und Playoffs. Aber es sieht gut aus.